ja moin ich kann hier nicht so laut reden das ist eine geheime aktion es ist gerade mein dealer vorgefahren und der bringt mir jetzt was in meiner quarantänezeit das gucken wir mal abgemachten preis ja ja 100 dollar ist gut naja gut weil du bist danke danke wie so laut ja